moin leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen folge ich wollte schon sagen flix bus simulator nein es ist der fernbus simulator und es gab ein update über zehn gigabyte ich habe keine ahnung und wir haben jetzt einige mehr möglichkeiten ja spielmodus bitte wähle ein spielmodus du kannst diesen modus später im guten editor ändern stufenfortschritt kartenerkundung ich möchte natürlich diesen dialog nicht mehr anzeigen ich möchte natürlich die karriere und habe ja hier letztes mal schon angelegt das sind wir letztes mal gefahren letzt mal angelegt habe ich das hier ich jetzt da einfach mal noch mal eine neue route erstellen weil ich würde einfach mal gerne noch ein bisschen die landschaft erkunden und würde deshalb gerne ja von würzburg die ausgewählte stadt ist doch nicht als start einer route verfügbar du musst diese stadt erst anfahren um sie freizuschalten okay dann fahren wir mal von heidelberg nach würzburg jetzt perfekt das ist alles landstraße fahren wir mal ein bisschen landstraße um das mal so ein bisschen zu erkennen okay so die route nummer ist dann die 0 2 nee die 0 3 tschuldigung und jetzt sprechen wir alles mal perfekt dann spielen wir die mal bitte wähle einen steuerungsmodus aus arcade das ist arcade realistisch automatischer motorstadt automatischer service automatische klimaanlage einfache türsteuerung benutzer das wollte ich letztes mal weg machen automatische lichtsteuerung einfaches fahren automatische klimaanlage automatischer service ok wunderbar wunderbar wir starten am ersten sechsten das stimmt nicht mehr so ganz heute haben wir den 13 september also zum aufnahmezeitpunkt 17 uhr so anwenden wir haben einmal den den haben wir noch nicht also wir haben nur den spiel starten wunderbar haben wir schon mal vier minuten verklemmert ja aber man sieht schon das spiel sieht einiges besser aus jetzt bin ich gerade dabei hier noch den controller zu holen vielleicht haben wir ja ein bisschen glück und die haben die controller settings wenig geändert ja die leute wollen wir gleich mal einsteigen alle ich sehe nichts auf der anzeige ja das ist jetzt eigentlich dein pech heidelberg und heidelberg und heidelberg und heidelberg und heidelberg und heidelberg und check in ok 9 kommen mit aber ich verlasse das ganze mal ja na 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 ich will nicht das spiel beenden sondern ich will einfach genau weil gibt es hier keine option oder ah da steuerung fahrzeuge ehhh blum 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 und türe öffnen schließen f9 f10 vitarte hochrunde period end koma period ist was ist ein period Das ist nicht der Retarder, oder wie? So, also nachdem ich endlich mal die Anzeige hinbekommen habe... Was?! Was?! Weißt du, ich nicht? Warte, 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 warte... Ich hab doch alles auch hier auf meine Fresse... Ich muss doch hier ja gar nicht rein... Gepäcklupen... Ja, Moment bitte... Ich bin nämlich neu... Gepäcklupen... Hab ich gar nicht... Hab ich sowas? Ich hab sowas nicht dabei... Fronttür öffnen ist F9... Können wir mal testen... Wunderbar... Und... Bum 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 bum... Automatisch, Gang, Hoch, Allgemein, Retarder, Retarder, Festival... Ja, nachdem ich nun auch weiß... Ja, wie man die... Äh... Gepäckzeile öffnet... Ah... Grüezi, hier mein Ticket! Grüezi, haja... Würzburg, Busballo, Noemi, Michel... Jawohl... Mjöl, Vogel, jawohl... Jo... Ein bisschen, ein bisschen... Bin mir aber nicht sicher... Linke... Alles klar... Du bist wahrscheinlich wieder der Falschfahrer... Bella Frank... Waren... Waren deine Eltern irgendwie sauer auf dich, oder? Junge, Mahlzeit! Wir haben 16.57 Uhr... Nils Nagel... Nils, 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 Nils... Nils Nagel... Ja, keine Worte... Emmi Hann... Inra Henrich... Henning, Henning, sorry... Nein... Hallo, bitte... Jo, jo... Passt... Hallo, fahren Sie in meine Richtung... Jo... Ich suche mir gerade eine neue Verbindung... Alles klar... So... Und schauen wir doch mal... Ob sich... Türe nicht geschlossen... Ah... Ah... Jetzt... Das versuchen wir mal... Und zum Glück... Mit dem Controller... Die verletztes Mal nicht so gut... Aha... Ja... Es sind zwar 3 Minuten zu früh losgefahren... Aber das interessiert uns jetzt mal nicht so... Ich habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen an den Einstellungen natürlich rumgearbeitet... Das ist klar... Ja... Aber die sind so hart eingestellt, das ist unglaublich wirklich... Oh... Nicht auf dem Bordstein... Boah... Ich glaube, das ist echt besser mit Maus und Tastatur zu fahren... Weil die habe ich ein bisschen sanfter eingestellt, soweit ich weiß... Oh... Hier müssen wir... Rechts... Ich weiß nicht... Wie blinkt man denn hier... Ah... Das war... Das ist rot... Wie blinkt man denn hier... Brrm... Nein... 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 Ich glaube, so war es, ja... Aber das sind 160 Kilometer... Und in... Ja... In gut 2 Stunden, ein bisschen weniger, sind wir dann auch in Würzburg... Und von da aus wird es dann in der nächsten Woche weitergehen... Und ich weiß nicht wohin... Wahrscheinlich eine kleine Städtetour nach Frankfurt... Ja... Und Frankfurt Airport... Man kann ja auch mehr... Wie nur ein Ziel anfahren... Und ich habe ja schon gesehen, dass da in Frankfurt ziemlich viele Städte beieinander liegen... Also liegt da... Liegt da glaube ich... Äh... Frankfurt direkt... Und Frankfurt Airport liegt da glaube ich... Ähm... Alles da... In der... In der Nähe... Und dann ist da noch Wiesbaden dort in der Nähe... Wir müssen geradeaus... Davon ist unsere liebe Polizei... Aber die überholen wir jetzt mal geschmeidig... Ich meine sind wir schon vorbei hier aber... Oh... 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 Da taucht plötzlich ein Auto auch... So... Was war denn Tempomat... Du 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 du... Tempomat Tee... Alles klar... Das ist ja ganz einfach... Das ist ja Pipi einfach... Ja... Da haben wir immer noch Rot... Ich habe gesehen da gibt's... Da hat jemand ein Ahlener Kennzeichen... Das ist bei mir in der Nähe... Nicht schlecht... Obwohl wir hier... Wo sind... Wo sind wir hier? Wir sind hier in... Heidelberg... Das heißt die haben auch die Verkehrszeichen... Wahrscheinlich variiert... Müssen wir mal schauen... Wenn dann nochmal ein Auto an uns vorbeifährt... Okay... Das ist dann doch keine Landstraße... Das ist so eine... Ja... Wie soll man sagen... Eine... Es ist schnell... Eine... Nennt nun das? Also... Keine Autobahn... Sondern eine... Fuck... Alter... Schnellstrecke... Schnellbundesstraße... Ne... Wie nennt man das? Also sozusagen... Wenn eine... Wenn eine... Bundesstraße... Gibt es ja oft... Dass eine Bundesstraße... Vierspurig ausgebaut... Eine Schnellstraße... Meine Fresse... Jetzt habe ich den Namen... Das ist eine Schnellstraße... Ja... Keine Ahnung... Was gerade mit mir los war... Das ist wahrscheinlich die Wärme... Und... Ich komme immer rechts an diesen... Blöden... In diese... Blöde Umrandungen... Ja... Aber... Okay... Die Einstellungen mit dem... Mit der Maus und Tastatur... Habe ich... Deutlich smoother eingestellt... Wie mit dem... Wie mit dem... Ähm... Controller... Sie wahrscheinlich noch... Ein bisschen... Sonntagfahrer... Oh... Okay... Hat sich auch gerade... Das Wetter geändert... Wo ich da drauf gefahren bin... Auch nicht schlecht... Warum denn? Ich habe ein Tempomat auf 100... Wie viel fahren... Wie schnell fahren wir denn? 106... Okay... Ja... Wir überholen mal... EZ-Log auf der rechten Spur... Warum? Hä... Ich fahr doch bloß 100... Was hat die? Wie... Rasen sie immer so? What? Was will die denn? Okay... Das ist auch krass... Ich komme nur minimal... An die Maus hin... Und das verzieht schon extrem... Da müssen wir mal kurz links vorbeifahren... Und die langsamen... Leute überholen... Mann... Das geht ja... Was... Hä... Warum guckt ihr immer wieder nach unten? Das ist so die Standardeinstellungen... Oder wie? Das ist ja furchtbar... Ich furchte aber die was zu tun...